Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen die besten Ventilatoren für zu Hause vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Stell dir vor, es ist ein heißer Sommertag und du suchst nach einer Abkühlung. Da kommt der TriStar VE5756 wie gerufen. Mit seinem kräftigen, aber dennoch leisen 45 Watt Motor und einem Durchmesser von 40 cm sorgt dieser Standventilator für die nötige Brise. Du kannst aus drei verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen wählen und ihn in der Höhe von 85 bis 115 cm optimal einstellen. Doch kein Produkt ist ohne kleine Schwächen. Während dieses Gerät mit vielen Features punktet, könnte für einige die Lautstärke von 56,8 Dezibel in ruhigen Umgebungen als störend empfunden werden. Zudem fehlen ihm moderne Annehmlichkeiten wie eine Fernbedienung oder eine App-Steuerung. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen auf dem Markt zeichnet sich dieser Ventilator durch seine einfache Handhabung und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Besonders die Einstellbarkeit der Höhe und der Neigungswinkel bieten einen klaren Vorteil gegenüber einigen Konkurrenzprodukten, die oft in diesen Aspekten weniger flexibel sind. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Modell besonders für diejenigen geeignet ist, die eine effektive und einfache Lösung zur Kühlung ihrer Räume suchen. Obwohl er nicht mit High-End-Features ausgestattet ist, überzeugt er durch seine grundsolide Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Ein idealer Begleiter für warme Sommertage in jeder Wohnung. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Beim Rowenta VU5645 handelt es sich um einen Standventilator, der mit seiner Turbo-Silence-Technologie besonders leise ist. Er bietet vier Geschwindigkeitsstufen und eine beeindruckende Luftumwälzung, was ihn ideal für heiße Sommertage macht. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass er trotz seiner vielseitigen Funktionen und des leisen Betriebs keinen Fernbedienungszugriff bietet, was die Bedienung aus der Ferne einschränken könnte. Im Vergleich zu anderen Modellen sticht dieses Gerät vor allem durch seinen leisen Betrieb hervor, was ihn ideal für die Nutzung in Schlaf- oder Arbeitsräumen macht, wo Geräuscharmut wichtig ist. Kurzum, dieses Modell ist für alle geeignet, die Wert auf eine ruhige Umgebung legen und gleichzeitig nicht auf eine effiziente Kühlung verzichten wollen. Setz ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Rowenta VU2731 Turbo Silence Extreme Plus Tischventilator ist ein echtes Kraftpaket, das leisen Betrieb mit hoher Effizienz kombiniert. Ideal für die Nutzung zu Hause oder im Büro, sorgt er mit vier Geschwindigkeitsstufen und einem beeindruckenden Luftstrom von 2700 Kubikmetern pro Stunde für angenehme Kühle, ohne dabei störende Geräusche zu verursachen. Ein Punkt, der beachtet werden sollte, ist, dass der Ventilator trotz seiner fortschrittlichen Funktionen und des hohen Luftdurchsatzes nicht mit einer Fernbedienung geliefert wird, was die Benutzerfreundlichkeit aus der Entfernung einschränken könnte. Verglichen mit anderen Modellen bietet dieses Gerät eine beeindruckende Kombination aus Leistung und leisem Betrieb, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für Nutzer macht, die Wert auf Ruhe und Effizienz legen. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für alle, die nach einem leistungsfähigen, jedoch leisen Ventilator suchen. Obwohl er nicht über eine Fernbedienung verfügt, macht seine hohe Luftumwälzungskapazität und die Möglichkeit zur Höhenverstellung ihn zu einem vielseitigen und wertvollen Gerät für jede Umgebung. Als ich den Philips CX553511 aus der Box holte, war ich sofort von seinem schlanken Design beeindruckt. Dieses Gerät verspricht nicht nur eine kraftvolle Kühlung, sondern auch eine leise, was in der heißen Jahreszeit unverzichtbar ist. Der große Luftstrom sorgt schnell für eine angenehme Abkühlung, während die Aromatherapie-Option einen frischen Duft in den Raum bringt. Ein kleiner Kritikpunkt ist vielleicht die Abhängigkeit von der Aromatherapie-Funktion für den frischen Duft. Nicht jeder mag Düfte in seinem Wohnraum und einige könnten diese Funktion als unnötig empfinden. Im Vergleich zu anderen Ventilatoren auf dem Markt sticht dieses Gerät mit seiner leisen Betriebsweise hervor, besonders im Schlafmodus. Die Möglichkeit, die Raumluft mit Lieblingsdüften zu beleben, ist ein nettes Extra, das man bei den Konkurrenten oft vermisst. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für diejenigen, die Wert auf Design, Effizienz und eine leise Betriebsweise legen. Die zusätzliche Aromatherapie-Option kann für manche ein entscheidendes Kaufargument sein, besonders wenn man sein Zuhause nicht nur kühlen, sondern auch mit angenehmen Düften bereichern möchte. Als ich den Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro auspackte, war ich gleich von der Flexibilität beeindruckt. Dieser Ventilator lässt sich dank des Akkubetriebs überall einsetzen, egal ob in der Küche oder draußen, wo es keinen direkten Stromanschluss gibt. Besonders praktisch finde ich das intuitive Ladelevel-Indikator und die magnetische Ladestation, die sogar bei einem Überladungsschutz verfügt. Einer der wenigen Kritikpunkte könnte die Lautstärke bei höchster Einstellung sein, die mit bis zu 58 Dezibel angegeben wird. Für empfindliche Ohren könnte das auf Dauer etwas störend sein, besonders in ruhigen Umgebungen. Im Vergleich zu herkömmlichen Standventilatoren hebt sich dieses Gerät durch seine innovativen Doppelschichtflügel ab, die einen weicheren und angenehmeren Luftstrom erzeugen. Diese Technologie, zusammen mit dem BLDC-Motor, sorgt für eine effizientere und leisere Kühlung. Dieses Modell ist perfekt für diejenigen, die nicht nur einen leistungsstarken und leisen Ventilator suchen, sondern auch Wert auf Mobilität und smarte Steuerung legen. Ob per App, Sprachbefehl oder die klassischen Tasten am Gerät. Die Bedienung ist kinderleicht und intuitiv. Der etwas höhere Preis wird durch die hohe Funktionalität und Qualität gerechtfertigt, macht ihn aber eher zu einer Investition für Technikbegeisterte. Als jemand, der den Stadler-Form Simon gründlich getestet hat, möchte ich meine Erfahrung mit dir teilen. Dieser Standventilator zeichnet sich durch seine ruhige, aber kraftvolle Leistung aus. Er bietet eine 3D-Oscillation und eine Winddistanz von bis zu 10 Metern, was ihn ideal für die optimale Luftzirkulation auch in großen Räumen macht. Ein Nachteil könnte für manche die Lautstärke sein. Mit 52 Dezibel ist er zwar nicht übermäßig laut, aber in einer sehr stillen Umgebung könnte er als störend empfunden werden. Trotz seiner starken Leistung läuft der Ventilator sehr leise, was ein großer Pluspunkt ist. Die Luftströmung lässt sich individuell einstellen und dank der Power-Memory-Funktion merkt sich Simon die zuletzt gewählte Einstellung. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt sticht der Simon durch seine innovative 3D-Oscillation hervor, die für eine allumfassende Erfrischung sorgt. Er verfügt über eine simulierte natürliche Windfunktion und 10 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, was ihn von vielen anderen Ventilatoren abhebt. Kurz gesagt, dieses Modell ist besonders für diejenigen geeignet, die Wert auf eine effiziente und leise Luftzirkulation legen. Sein schlichtes Design und die textilbezogene Verkleidung passen perfekt in jedes Wohnambiente. Die einfache Reinigung, Front- und Rückgitter sind abschraubbar und der Textilbezug ist waschmaschinenfest, macht ihn zu einem praktischen Begleiter in warmen Monaten. Mit seinen smarten Funktionen und der ästhetischen Form vereint Simon Funktion und Design auf ideale Weise. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!